ja es geht wieder los nur für die die es noch nicht gesehen haben sollten es geht schon los zu diesem neuen video hoffentlich noch vorm team of the season nein ich werde es hoffentlich noch vorm team of the season start schaffen sonst das ganze intro für n'art und zwar geht es in diesem video einfach nur noch mal darum ich habe gestern ein bisschen mit dem kumpel gezockt und dabei kam ein paar fails raus und die wollte ich euch nicht voranhalten ich weiß das video wird richtig lang fett lang aber ich hoffe ihr bleibt trotzdem bis zum ende dann weil es sind einfach so viele felds da ich hätte das auch in zwei parts schneiden können ich habe mir gedacht das kommt alles in einem video und ich hoffe ihr habt spaß damit und genießt das video und genießt die felds wenn ihr mehr davon wollt sagt mir bescheid lasst es mich wissen und ja das war es eigentlich schon viel spaß mit den felds jetzt hier nachkommen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin wohn sie munzi munzi ist da munzi ist mutter ja eine minute 50 Uwe, weg! Jo! Verletzt! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ey, was ist das denn? Abwech! Er ist fertig! Er ist mit durch gewesen eben! Ja, er ist wieder hier mit durch! Ja! Ja! Du kannst ja nicht so viele Fails in deinem Spiel haben, ey! Das ist der dritte Scheiß-Fail in diesem Tricks-Spiel! Das kann, ey! Und das Spiel geht erst 20 Minuten nur! Und mit der Hacke vollendet! Boah! Hey, leck mich! Was macht denn da? Dieser Kieber ist kein Qualitätserweis! Seine Verletzung ist ja nicht mehr derselbe! Aber Borgmann! Oh, Annahme? Legt er sich gleich vor für den Schuss! Ich bin fertig mit den Nerven! Das kann doch nicht sein! Dieser Kieber ist halt mit dem Arsch! Was macht der denn? Geil, geil, geil! Nein, oh Gott, nein! Und Niederhäusern! Ich kann nicht mehr! Ich bin fertig! Wo will der denn da hin? Guck mal, war meine andere Spieler denn da! Ups! Au! Heilige Mutter Maria! Dann würde ich gerne noch mal eine Wiederholung geben! Ob er den wirklich so hochgelöffelt hat! Der Löffler! Levent Gulen! Oh, da merkt der selber! Den hat er aber gut hinten hochgelöffelt! Mann, scheiß Fiefer! Der ist wieder bei der Hände! Oh, da ist schön lauter, schön lauter, schön! Nichts! Da muss er raus! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse! Ich hasse! Ich hasse! Hm. Okay. Okay. Kiefer, du bist so ne Flasche, halt! Das ist so ne Flasche im Tor, ey! Ich kann... Ich kann... Ja! Und dann steckt der da fest und dann... Ah! Ah! Nein, nein, jawoll! Dwayne? Oh! Dwayne! Der nimmt den Hop! Der nimmt den Wattmer Hop! Oh! Der nimmt den Wattmer Hop! Der nimmt den Wattmer Hop! Irgendwenn war ich... Wattmer Hop! Ja, komm mal spät! Au! Wattmer Hop! Wattmer Hop! Ich glaub am... 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 Am. 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 Da wird's der Dich Kiebel! wer wandert mcdonald und mcdonald hatten mützen bereitet jetzt so jetzt und jetzt leslie und jetzt 1 2 die ganze zeit abschluss natürlich auch das gibt es nicht in einem sturm da oben in der besichtigen kiefer das kann nicht besser laufen schön Aber da tut noch Zwiebelmett nicht! Zwiebelmett! Zwiebelmett! Nein! Nein! Der ist doch nicht, Mann! Oh, Otte! Der Otte! Der Otte! Das kann nicht sein. Wieder gut. Komm, jedes Mal! Dreh ihn durch! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das gibt's doch nicht! Du, in vierfache Unterzahl, in vierfache... Lauf doch los, du pennegesichtete! Oh, aber knapp. Nee! Nee! Ja! Nee! Hast du erlebt? Hast du erlebt? Nur mal renn! Oh Gott! Oh Gott! Ist das Lacri! Ohohoho! Aber guck mal an, mit was für einer Finesse hier! Achtung! Nee! Danke, dass du den gestoppt hast! Und wie hab ich in diesem Spiel noch kein Material? Ja gut! Kann nicht wahr sein! Ja! Mit dem Abwiff nochmal den Gewey so! Ach, Leute! Das muss es sein! Das war das Ende! Eines erfolgreichen Failvideos! Ich bedanke mich! Das war eine Ehre! Das war ein Scheiß! Aber es war schön! Bis zum nächsten Mal! Mach rein!